Hallo, ich bin Jam Korbi von Astrosa Bochum. Ich spiele die Position Flügel. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin seit genau sieben Jahren hier bei Bochum. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr genauso gut wie letztes Jahr beenden, bzw. besser als letztes Jahr. Ich hoffe, dass wir fit bleiben, erletzungsfrei und dann Let's Go Bochum. Bis zum nächsten Mal.